ja hallo youtube hallo alle da draußen euch jetzt noch mal ja ein schönes neues jahr gewünscht ein etwas anderes angespielt ich will euch zeigen warum und wieso ich das mache und ja er sieht schon youtube little nightmares jetzt gerade runter es gab es für gold mitgliedschaften ja umsonst ja umsonst ist nicht man muss ja halt auch eine gold mitgliedschaft sitzen ja diesmal ja little nightmares war dabei und blieb zwei und the king of fighters wo ich mal reinschauen möchte ganz ganz locker ganz normal also dass also ein überbleibsel ich habe es noch nie gezockt ich kenne diese alten spiele noch von damals von ja ich gehe einfach mal rein von alten zeiten von von zum beispiel gab es ja auch fatal fury und so was solche geschichten für das super nintendo zum beispiel ja und der king of fighters 13 müsste das sein schönes bild übrigens oder fällt euch auch daumen hoch für das bild ist super jetzt war mein mikro laut mein headset war laut das habe ich jetzt habe ich die volle dröhnung auf dem auf dem ohr gehabt aber das intro von xbox 360 das ist doch wirklich auch schön oder ja ich bin übrigens auf der xbox 360 wird auch mal irgendwann vorbei sein mit der produktion von ja sie ist sowieso schon vorbei aber jetzt mit dem ja abwärtskompatibel das wird es noch gehen snk ja wir sind es ich drücke das mal weg weil wir wollen ja zocken ja erstelle neue dateien inhalt wird gespeichert hat übrigens jemand schon mal die konsole ausgeschalten wenn jetzt hier gezeigt wird dass man die konsole nicht ausschalten soll ja also angespielt ja was steht hier nein ich kaufe dafür nichts das ist ich nehme es halt mit 억 ja obel auf lösen Charakter, spezifische Missionen Gesundheit erschöpft ist Überleben, ah ok Zeit, Zeit attack Ah ok Wir machen mal einen Probelauf Würde ich mal meinen, dass das jetzt... Da ich hier niemanden kenne Das erste Mal ich... Ja, richtig direkt Habe ich jetzt zweimal den gleichen genommen, oder? Oh, Level 0, Level 1, Level... Wie jetzt, wie jetzt, kann ich jetzt hier... Ach, keine Ahnung, ich frage mich nicht Ach, Probelauf... Ah, okay Probelauf bedeutet... Ja, jetzt mal so... Ah, Probelauf bedeutet... Ah... Ah, Probelauf... Nein, gefällt mir nicht mehr Das ist schon fern... Nein, 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 Leute... So geht das nicht so... Nein, nein... Mission... Ok... Zeit... Probe... Was das mal jetzt macht... Überleben klingt... Interessant... Bis deine Gesundheit erschöpft wird... Ok... Machen wir das mal... Probieren das mal aus... Ein typischer Arcade-Klopper... Ja, das reicht... Ich nehme einfach den ersten... Den ich habe... Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht... Ich kenne mich nicht aus... Mit dem Spiel... Ah... Ja... Ja... Ah... Ok... Ich... Ich mache einfach mal... Button-Smashing... Was war das jetzt... Elbow... Elbow-Drop... Ah... Oh... Ah... Ok... Ok... Also bis meine... Oh... Ja... Wie gesagt... Elbow-Drop... Ja... Wahnsinn... Wahnsinn... Hätte ich nicht gedacht... Manchmal hilft es ja auch nur... Wenn man jetzt... Äh... Auf den Gegner... Lecker... Einem... Move... Nimm... Oh... 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 Was ist denn jetzt los... Dicker Mann... Was für zu... Na gut... Mal sehen... Ob ich noch einen Charakter habe... Wenn nicht... Dann... Dann ist es halt nicht so... Dann sollte es halt so... Also... Ihr hört schon... Button-Smashing... Ihr hört es... Bestimmt... Bestimmt... Oh... Guys... Was ist hier los... Ah... Ah... Es war wieder der Elbow... Elbow-Drop... Aha... Geil... Und wieder... Hab ich es gesehen... Ja... Schau dir zu... Also... Überleben bedeutet bestimmt... Dass ich jetzt... Äh... Ja... So... Ich sterbe... Bei irgendeinem Charakter... Das habe ich aber nicht vor... Erfolg... Ich werde die Mission erfüllen... Aha... Das sieht stark aus... Muss nicht bedeuten... Das ist... Stark... Wissen... Elbow-Drop... Mach den schon... Weil das ist... Es ist schon... Es ist schon gut... Man verliert... Achso... Es hieß ja... Es stand ja dort... Wenn... Oh nein... Mach ja keine Blöße! Wenn meine Energie weg ist... Das ist dann... Oh nein, was ist das? Was? What the BTF? Was ist das? Oijoi 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 Was war das für ein Geräusch? Das klappt ziemlich seltsam Ok, wenn die Energie zu Ende ist, dann sind wir weg das war es gleich für dich ich bin schon voll drinnen wieder im automaten oh was war denn das? kam das jetzt von ihm oder von dir? oh nein was ist das? was? okay mit dem tritt scheint zu funktionieren meine energie ist nämlich gleich weg das ist einfach so ja es ist bei spielen immer so wenn ich wenn ich nicht verlieren also niemand verliert gerne und das will ich auch hier nicht er hat einen stock oh nein oh nein oh nein es gibt doch noch andere moves die ich machen kann oh nein 41 hits alter schwede besiegt durch 6 ja durch 6 wurde ich auch schon besiegt okay da gehe ich jetzt nicht drauf ein was ich eben gesagt habe auf jeden fall war es das für neuer gegenstand für die galerie schau gleich mal rein in die galerie neuer gegenstand das ist ja alles hier doch 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 eine art aaaaah ok verkleinern vergrößern was geht so an das ist ja das ist ja so ach ach man ey neuer gegenstand für die galerie sie sind die galerie so der um noch mal weiter zu zocken was 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 den der 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 Okay, das scheint ein Trailer zu sein, oder was ist das? Okay, lass ich mal laufen, da schweige ich mal dazu. Scheint auch interessant zu sein. Äh, ja, es ist halt ein Film. Visuell, Ton, Einladung. Okay. Gut, hätten wir uns damit auch beschäftigt. Ja, der King of Fighters 13, für zwischendurch, könnte ich doch auch mal zwischendurch auf und zu mal zocken. Und ja, mein erstes Angespiel für 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen und er wurde etwas unterhalten. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, es ist mal, ich weiß nicht, was ich mache. Werde, danke. Wenn ihr mal rumstöbern in meinem YouTube-Kanal, das waren Dinge, auch neue Dinge, die ich jetzt erst gemacht und angefangen habe. Das war's auf jeden Fall für dieses Angespielt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin weg. Tschüss.